ARD Text im Auftrag von Funk 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 nachlass stresst meint nicht so kommen nachlassen ich habe nur vor allem holen nachlassen weil er glaubt dass ich wiederkehren schüttelgeklar über die preisenden gehen das ist bestimmt der echte als auch genau so wie eben Miley Cyrus jetzt für die für die 3 b b warte mal wir brauchen wir gar nicht zu sehen ich hab keine Muni mehr Kenny hat mich getötet ihr Schweine Arschbild noch am Leben you're a terrorist weak hab ich ganz toll gemacht Alter, warum ist die Muni geklaut? hat meine Einträge geklaut? was? hä? BOMBEE haben die sich selber umgebracht? ja für die Hohenzähne sind die nicht mehr werden können ach ne gar nicht der PewDiePie ist halt zu spät reingekommen dann ist halt automatisch raus mindfreak alter mindfreak aber war's doch im Team Bash nö war's nicht natürlich nö nö natürlich alter da sind 3 Leute nö natürlich nö natürlich scheiße scheiße Bram 2 ho 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 bin so scheiße wach 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 fick dich fick dich fick dich fick dich fick dich fick dich nice ich hab den super gekillt nice warte Leute Max und Jonas sind oben im Channel ist das? ich weiß es nicht oookay ach komm komm bin ich kurz afk und die Welt verzählte müssen wir mal gleich zu Max und Jonas gehen oder? ja ich bin süß ich weiß danke nö ah ich hab so fast keine Zeit Alex bester Mensch 1 0 gehen wir mal zu Jonas und Max ah die Bombe liegt ja ne na darf man jetzt nimmer denn jetzt gehen wir zu Jonas und Max nö nö na kommts lass mal rüber gehen jo also um 4 gegen um 4 Channel Switched moin Jonas moin Max wie gehts wer ist das denn jetzt hallo wer ist das ich find's der Georg moin ach Georg ich der krass Karl kennt der mich nicht du kennt mich doch klar krass was mach ich denn jetzt hier für ein Spiel das heißt aber was wäre das Bild geschickt Alex äh das wäre das neues Game ach so krass wie der geiler ja ok Jonas komm das zu können ja los ich spiel mit was spiel hier Black Ops 2 ah hab ich so gar nicht ich bin grad grad leider ingame ja hab dir Böckchen auch so ein CS-Game weil ja schon ja schon muss ich schon sagen wie die überall sind ah komm schon ey komm rein Max dürft euch nicht entgehen lassen weil ich glaub der Max hat schon Böckchen drauf ja aber der Jonas eher nicht so weil der Jonas ist so ein Spießer glaub ich ja immer ne ich glaub ich ist echt ein Spießer du wirst dich mal besser ne du sagst du ein Spießer du sagst du ein Spießer ja hallo der Alex ja hallo der Alex hey weißt du wir haben rausgefunden Jonas ist ein Spießer das ist André ja heisst du Jonas Waldi nein bist du der Waldus Jonas kannst du irgendwie Nuketown spielen ja ah der Back-Up 2 sagst du krass warum kannst du Nuketown spielen und ich auch das sei ich das gekauft hab ja das geht ihr habt das irgendwann mal kostenlos gekriegt bei diesem Event wo das eingeführt wurde mit den Waffenskins und so ach ich hab das Spiel ein Jahr nicht mehr gespielt oder so keine Ahnung dann würd ich mal sagen Spiel zuerst ein Jahr und dann ist es ausgelöst moin krass Karl was geht ab Channel switched Max und Jona sind einfach weg gegangen das fanden ich traurig dann bin ich nachher gegangen Nice Figgt euch shinertown ist irgendwie Kacke scheint wir mal Alter wir haben schon wieder so ein protein abgekramm Alex schreibt wieder mit Rosa. Alter, ich komm nicht rein. Nee, du schreibst nur wieder. Oh, toll, ich schnalex. Hallo, ich komm nicht rein. Hauptsache, da liegt so eine Bierflasche. Ja, ist so Blackstreen jetzt, oder was? Ja. Ich hab einen krassen Luftballon im Mohl. Jetzt geht's, glaub ich, gleich. Was? Ja, Nick. Danke, Rosa. Ich bin mir geklaut, doch. Ich bin mir gestürzt. Alter, ich hab das zweitwissen, wenn ich aufgeregt bin. Alter. Alter. Ich kill dich. Wer war das? Felix. 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 Ich war das net. Okay, dafür kill ich dich jetzt. Ich war's net. Ich war's net. Nein. Ich hab E gedrückt und wollte Panic-Nifen. Welche? Ich hab den Ehrfall 78 gezogen. Toll, ich hätt jetzt alle gekillt, Alex. Ja, fick dich. Kein Ding, Rosa, kein Ding. Ah, jetzt kommst du meine Küsse aus, ist zweiter. Dann einfach, der Spyper, renn, rechts, 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 was? Der war eure Punkte auch für die ganze Zeit. Schau dir mal eure Punkte an. Eins, zwei, drei, vier, fünfzehn. Ich hab ne Ausrede. Ja. Boah, ich bin Zweiter. Ja. Alter, die kommt jetzt übel. Ja, ist echt so, oder? Zweiter. Oh, Alter. Ja. Oh, okay. Nee. Alex. Ja? Du hast dich schon angerollt, ne? Willst du mich nochmal kill, ne? Willst du nochmal kill, ne? Ja. Ja. Musst mir doch ne Waffe kaufen. Ah. Was soll der Scheiß? Aber geiler Arsch. Achso. D fest. Ja. D fest. Ja. D fest. Oh, wer schießt. Oh, fuck. Ist der bei mir. Wer hat geschossen? Rosa hat mich blickiert schon, weil ich tot. Ja, klar. Kenn ich, kenne ich, Dennis. Kenn ich. Pssst. Du hast dich halt echt vor mich gestellt, Rosa. Aber kein Problem. Ich verzeihe dir. Ein Ding. Kannst mich nur der Schiefe sein. Ja, klar. Was? Was? Nein, wir heißen nicht Michael. Was soll ich machen? Äh, Michael. Als ob ich dich erschieße, was denkst du denn bei mir? Tch. Ob er 19 wäre. Alter, ich bin auch 19. Ich bin auch 19. Eigentlich bin ich 25. Krass, du scheiß Fehler. Eigentlich bin ich ja noch zarte. Ich bin noch zarte. Acht Jahre. Deshalb, wenn sie dich noch selbst sucht, so. Du weißt nicht, was es ist. No. Ich hab keine Bock mehr auf das Game. Die sind so gut. Oh, ich hasse das, was ich nicht hinlegen kann. Boah, du, die Max-Fack schweißt, der carried einfach nicht. Nein. Wieso kriegen wir immer so übelst gute Gegner, Mann? Boah, ey. Rosat, hättest du noch ein bisschen früher machen können. Lass doch mal Rosa in Ruhe, oder? Die Carry hat gerade krass. Die hat mehr Kills als du, Dennis. Ja, siehst du. Deswegen zeig ich dir. Die Carry ist gerade krass. Die würde mir jetzt so, äh, schaffen gehen. Nein, eigentlich nicht. Rosa hat einmal nur drauf. Alex, was war denn da los? Ja, Alex. Genau, weil, weil, das ist die Ische von meinem Besten. Boah, ich muss es einfach drauf haben. Das ist zu weird. Warum hat der einen Arsch als Bild? Ja, echt? Vielleicht ist er ein Arsch. Tschüss. Tschüss. Noch besser wäre er. Also, ich hätte jetzt was Besseres erwartet. Wer erwartet uns nicht? Wer hat das eigentlich rausgehauen? Felix, du? Wer erwartet? Ich war's wieder, Alex. Gut. Komm, ich kenne mich nochmal. Hab ich nichts dagegen. Ich wahrscheinlich nicht sonst was spreche, Alter. Boah, Alter. Hat alle nur noch 15er. Alter, wir haben einen perfekten Wallhack. Der Typ rennt um, um Ecke und... Fick dich, Mann! Ich hab dich auf 11er Entfernung schon fast gekillt. Alter, machst du echt nichts, Alex. Äh, hinter dir, Rosa. Hinter dir. Hinter dir. Nice. Ohhhh. Rosa Hocker, Rosa Hocker. Mehr Punkte als Felix und Dennis zu sagen. Ich bin gerade richtig Kaije. Kaije? Kaije. Mit G. Kaije? Wer ist Kai? Alter, Kai, das ist mein bester Bratenlo. Ist auch ein Ursohn. Also, also nach Alex. Nach Alex, natürlich. Und Lars. Alter, das verschäbt sich doch. Gut, gut. Ich glaube, ich muss mit Lars wieder ein bisschen mehr unternehmen. Glaub ich. Ey. Ganz klein. Alex, was soll das? Du weißt doch, dass du mein bester Bratenlo bist. Für ever. Nein. Tutti, du hast nur ein Kind frei. Du darfst ihn töten. Nein. Töt ihn einfach. Nein. Das töt ihn doch einfach. Bin ich dich halt. Uge. Oh, wo war der jetzt? First Kill. First Kill, Leute. Jetzt gewinnen wir. Rektick Subot, Dennis. Dennis. Gut. Da hinten ist einer mit AWP, also Vorsicht. Dennis. Gut. Nein. Dennis. Dennis. Oh, ich hab ne Blendgranate von der Rose, Mann. Gut, Dennis. Gut. Dennis. Alter. Könnt ihr mich auch Dennis nennen? Okay. Ich hab gehört, du nennst dein Bruder Hurensohn? Alter. Mein Bruder hat dich Hurensohn genannt. Ihr konntet nur nicht die Stimme unterscheiden. Ja, 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 ja. Alter. Kills. 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 Nein, 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 nein. Alter, wenn, dann war ich das zuerst. Kills. Ich tue ich zu den Enemies locken. Ich lass dich von den Enemies gehen anstatt von euch. Oh, ich bitte. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Der One-Shot-Divant mit der Scheiß-Shot-Gang und ich brauch 10.000 Schüsse. Stil. Ich hab einen Hurensohn. Da kommt das zuerst. Kann ich wo ich hier hingehen soll. Ich hab euch ja noch nicht. Ich bin hinter dir. Willst du mich nicht killen? Nee, lass rechts rein! Ohohohohoh. Kills. Kriegst du mich nicht. Was? Nein. Was bin ich? Auf. Alter, ihr reift noch ein Kill! Fahr auf doch mit! Danny, er pfeift! Ich darf hier so! Ey, geht's auch noch weiter! Das darf ich besser auch machen! Good Job! Pascal, du musst den killen! Tuf! Du scheiße Agro! Ich will nix! Dennis! Kreising! Wer hat überlebt? Ich und Pascal! Mann, Rosa, wieso bist du tot? Scheiße! Nein! Nein! Und Leute, wie ist es so in der Brand gerade hart? Dennis! Dennis hat 40%! Alter, ich hab 74! Musik! Alter! André Dükoch! Hä? Wann hab ich dich angehitet? Nee! Großer! Weiß ich nicht! Ich hab dich gar nicht angeschossen! Dennis, du hast nur 40%! Das heißt, ich bin Pro! Was? Wieso hast du nur 40% leben? Ey! Na schau mal den Chatwerteam! Hinter dir! Hinter dir! Ja! Ja! Dennis kill den auch! Dennis kann nix! Ja! Tja! 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 Geh mal über Felix kill, bitte! Ich hab den Chat einmal gekillt! Glaube ich krieg dir aber gleich wieder mal ne Sperre! Los Rosa! Na Rosa! Stimmt! Sie ist noch Sperren frei, also nicht killen! Die Rosa wollte mich killen! Und ich bin die ganze Zeit auf sie im Kreis gelaufen! Hattest du mich nicht gesehen! Das war toll! Alter! Oh mein Gott, wie viel Damage macht der? Ja, der hat mich auch gekillt! Aber, haben wir SS bekommen, weil Felix ihn gekillt! Felix, du musst den... äh, Pascal, du musst den töten! Nein! Kannst du den Pascal? Ich weiß es nicht! Pascal, du kannst nicht! Aber geiler Arsch! Aber, ich hab Q gedrückt! Und was macht der Dennis da, ist die Frage? Und dann... Dennis checkt die Lage! Du denkst, du checkst das, aber dein Game lag krass! Drückt mal Q, wenn ihr jemanden zuschaut! Drückt mal Q, wenn ihr jemanden zuschaut! Das ist nice! Jaja, diese Ecke ist auch krass! Kennst du Dennis noch nicht? Diese Ecke ist auch recht toll! Also Dennis hat sich schon stark gesteigert, muss man sagen! Stark gesteigert! China Town ist einfach ne Kackmap! Dennis, hallo! Du musst die Bombe defusing! Nerv man, oder? Dennis schreit! Nerv! Ja, Dennis kriegt er drum! Dennis, ich wollte dich schon immer mal fragen, ob du überhaupt irgendwas kannst! Ja! Ich bin schon! Keulen! Er kann Baseball spielen! Das ist schon mal was! Dann kommt da einer! Dann kommt da einer! Dann kommt da einer! Krass erkennt Dennis, muss man sagen! Ja, recht! Dennis, da ist einer! Schieß auf die radioaktiven Teile! Dann trifft jeder! Ich hab im 98 Ressort schon eine! Die haben nen Magic Laster! Der Magic Laster ist in nem Laster drin! Kann ich nicht mehr carry? Ich hab kein Scheißgeld für irgendeine Waffe! Ich muss natürlich ein Geschlechtssnipe holen! Ihr wisst was das heißt, wir gewinnen! Warte, warte! Ich kann dir ne M4 geben! Nee, zu spät! Okay! Lustig! 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 Tralala! Tralala! Schon war Nikolaus Abend da! Der Felix ist lustig! Ja, hast du recht! Hey, jetzt komm schon! Die geben doch noch einen! Schon wieder! Nächste Runde CSGO! Ich glaube eine Runde CSGO, oder? Ja! Eine Stunde und 60 wie gemacht, Alter! Ohne Spaß! Ich bin nicht mein letzter Platz! Wait! 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 Oh, was war das? Das war der Luftballon! Wir haben gedacht, ey! Alle so geschrien! Ja, genau! Das ist meine Hausgang! Alex! Wo bist du? Nee! Nicht einfach! Nee! Nein! Oh, warum müssen die alle eine scheiß AWP haben? Das wird einfach nur krass, Felix! Danke! Glauben Sie, jetzt haben wir sogar eine Chance! Ja, einer von denen wurde gekickt! Von uns auch! Warum ist Alex gelieft? Ja, Alex braucht aber auch niemand! Ja, stimmt! Okay, der hat immer nur Teamkills gemacht! Langsam was mit Felix recht geben ist seine Last Theorie! Wenn es so weiter geht, wer hat mich! Auf und kürzt du! Das ist keine Theorie, das ist de-fakt! Nein! Auf und kürzt du! Ähm! Dingsenzieher! Leo! Ich werde auch! Und-und Basti! Das ist echt! Respekt! Die Rose hat übelst die Lernkurve! Wir haben uns auch in Brawl abgezockt! Brawl? Aber nur in Bezug auf, ähm, Spiele! Was? Ja! Ja! Nö! Wir haben zwei Granate wieder am Start! Das ist super! Lalalalala! 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 Oh ja! Ist doch weh! Willst du einfach- Da bin ich wohl Zweiter! Der Zweiter ist echt schlecht, Felix! Welche der beiden Chancen ist eurer Meinung nach leichter zu erlernen? Jax oder Katarina? Alter, Katarina natürlich! Obwohl Jax auch immer die ist, würde ich schon sagen! Aber Jax schon ein bisschen zu machen! Nein! Bis du auf die Idee kommst, halt den E anzumachen, zu springen und dann auszumachen und solche Sachen! Katar muss einfach nur drauf! Warum haben wir eigentlich einen Bot? Und wer kann nicht die anderen? Ja okay, jetzt mal erst was! Hä? Kram haben wir! Kram! Kram! Und? Oh, wer war das? Ich! Aber ich wollte die Gegner flashen! Ja, das hast du nicht erreicht! Ich weiß auch nicht! Vielleicht bist du ja in meiner Abo! Gegner! Alter! Das ist doch unwirklich! Das ist doch nicht! Nein! Osa! Genau der Typ bin ich! Der gibt immer nur Heilschaft! Oh, das ist so heiß und saftig, der Killstil! Ich weiß! Pfff! Pfff! Da hinten ist jemand! Die Bombe bleibt! Ja! Die Bombe bleibt! Osa, du kämpfst es jemal da hinten in die andere Ecke! Oh! Da hinten hinten hinten! Da kommt einer! Oh! 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 Ich weiß, wie ich es stocken kann! Der Pate! Muss mal wieder sein! Spiel doch witzig! Go! Oh! Oh! Okay! Oh! Gib mir fünf Minuten! Gibt mir fünf Minuten, Felix! Gib mir fünf Minuten, Felix! Was ist? Oh! Oh! Nein! Nein! Du bist einfach kein krasser Typ! Ich habe 64 gezogen, er hat mir 28! Mit Leben! Oh! Nein! Die haben jetzt nicht 1,5 gewonnen! Ne, hab ich! Team Wechsel komplett! Oh! Der Felix hat einfach nicht gecarried! Alex! Wo bist du denn, hä? Der ist dein Team im Stich! Oh! Das ist aber, ich hatte gerade keine Lust mehr auf die! Ja, ja! Du wusstest gar nicht, dass du eine Schwerde kriegst! Du hättest eigentlich nur einkillen können! Exakt, scherlo! Let's go! Let's go! Let's go! Alter! Let's go! Wir müssen hier hin, weil da sind die... Hier sind A-Läufe! Felix, Mutter liebt ihn! Hä? Deine Mum liebt mich auch! Wie du mich hat einfach nicht drin! I don't think so! Nein, nein, nein! I think so! I know you! Wow, Felix, bitte nicht! Wow, chill Pascal, chill! Bin ich, bin ich! Der wie noch ein Bot! Dem übelst ist die Panzerin, kann das sein! Und das schwarze Schlüttchen, mein... Oh! Let's go! Wir müssen hier hin, weil da sind die... Deine Mum liebt mich auch! Okay! Aufwendebar! Wer ist das? Okay, Dennis schieß ich nicht übern Haufen! Nachweis! Danke! Oho, krass! Eie! Halt, du bist schwarz! Ha! Nö! Chen! Nein! Mein Name ist Johannes! Johannes! Hör auf, vor mir umzuspringen! Wer ist das? Rosa! Du, Niklet! Du bist halt echt schwarz! Du bist halt echt schwarz! Du bist halt echt schwarz, Rosa! Ist rosa immer noch... Rosa ist immer noch schwarz! Rosa ist schwarz! Schwarz! Du bist halt echt schwarz, ne? Ja! Du bist dein Ding, der durchs Repierentur! Schwarze Glatze! Du hast ne Sporttasche um! Ja! Und, äh, mega schwule Schuhe! Das ist, äh... Krass! Was machst du? Ich hab keine Schuhe! Doch! Ich seh meine Füße nicht! Rift bei dir! Nein! Das ging doch sonst, oder? Alter! 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 Es kommt schon! Einer hab' gekillt, gell? Alter! Was? Was? Wie die alle gerusht kamen! Holy Moly! Ja, aber echt, ey! Und ich hab's erst nicht gecheckt! Krachem! 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 Dieser Klippei ist so unnütig gegen den! Traurig! Traurig, aber wahr! Die anderen ist alles besser gekommen! Geht vor die Hundemärchen! Traurig, aber wahr! Nee! Das kommt da nicht! Ciao! 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 Grüsi! Gehst du wieder? Nach Afrika! Da ist ne Pfütze! Ernsthaft? Nicht reintreten! Sonst du deine Schuhe nass! Keiner mag noch so Schuhe! Ich... 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 Ich hasse diesen Typ da mit diesem... hässlichen Typ als Ben! Große Arme! Einfach alles! Ich hasse diesen Typ da! Nein! Ich... 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 Drei mal so viele Punkte wie der zweite von unserem Team! Alex! Joinst du irgendwas noch nach? Ja! Bitte! Bestes Handy! Nee! Hat auch schon ne Sparte bekommen! Danke Sherlock, Pascal! Ja! Pascal klärt wieder mal die schwierigsten Fälle auf! Ja! Da könnte echt der Watson von Chris sein! Alter! Da könnte der Nachfolger von Lars Nick sein! Ähm! Nein! Der Watson von Chris! Warte mal! Was war gestern? Irgendwas war gestern! Da war Alex voll der Sherlock! Mhm! Ich bin nie der Sherlock! Ja! NCS irgendwas! Nein! Was? Was war da? Alter! Oh nein! Der ist so... Hä! What? Useless! Ich bin schon... Ich bin schon... Geh raus! Kannst du mir das sagen wo? Nein! Geh raus! Ja also! Pascal ist doch das! Da ist noch nichts passiert! Thomas! Thomas! Raus! Nein! So ein kleines Kid Thomas heißt es cool! Was? Geh raus! Thomas! Hehehe! Hehehe! Das heißt doch glaube ich alle Thomas! Hehehe! Thomas! Na und? Geh raus! Alter! Das ist doch... Ja jetzt mal... Carstens Kosenki ist doch auch Thomas! Thomas! Aua! Der Hund! Ja die Granates ging ein Bein geflogen! Tut mir leid! Ich werfe die Teile halt mit 300 kmh! Hehehe! 300 kmh Alter! 400 kmh geht doch oder? Du könntest ja machen aber du bist ja nicht im Game! Halt! Dein blödes ungewaschenes Mull! Ohhhh dreckiges Mull! Ohhhh dreckige Mäuler! Alter! Ich komme! Y emphasize tochde?! IOC w1合0d0!!! Man. Also Ich hab schon 3 Stück getaubliefert! Hahaha! DockTales!? Ohhhh! Doックtales! DockJ2d0! Dock T6dz! Uhuu! Alex. Ja. förm spielst du nicht mit! Kein Böckchen! Alex Der Akro! Was? Heiz! Da hab ich über es Teakle gemacht und das FDA Spiegel rausgeflogen. du achten halt dein Maul, du Ficker Hohoho, du Ficker Schluss mit Mobbing-Beste-Serie Du mal die andere Seite, mach ich die Mobbing-Beste-Serie Der Team ist Max Da hängen wir doch mal Mobbing Gehen wir doch mal zu Jonas und Max Warte doch nicht Und jetzt, oder? Tern und Swips Moin Max, Moin Jonas, was geht? Geht's! Fuck mich nicht ab! Huren-Spiel, halt! Passiert, manchmal sind die Spieler einfach nicht so toll, aber das... Wer seid ihr überhaupt? Was? Ihr kennt Husband Live, ihr... Mann! Moin! Also ich bin wieder da, ich fag grad runter auf Kassel, sonst bin ich da bei euch so am Start. Moin, wie geht's euch so? Fuck mich nicht ab! Ich geh gleich Herzinfarkt, ich schwör's dir in Entretekock Äh, so sind wir auch, ne? Nein! Sex-MG, ja, ist okay Hallo Max! Hallo Max! Was? Warst du nicht bei Schluss mit Mobbing dabei? Was? Warst du nicht dieser Typ bei Schluss mit Mobbing? Der hieß auch Max Nein! Servus Max! Echt nicht? Wer ist? Max? Hallo! Oh, Alter! Du warst bei Schluss mit Mobbing, kein Scherz! So ein Huch in so'n Spiel! Oh, Junge! Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel! Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel! Max! Was? Ich bin André, du Koch! Ich hab' mir doch scheißegal! Alter, Digi! Alter, Max! Was soll das? Wir sind doch Bros! Wieso sagst du sowas? Ist doch Max, Alter! Was willst du von mir? Und André! Und André! Und André! Und André! Ihr kennt das ja deiner Stunde, ja? André, du Koch! Geht jetzt! Was? Nein, André! Wie schwarz, Leute! Wie einfach mal? Ich bleibe hier, Leute! Weil ich bin treuer! Bin ja gut so! Wieso stirbst du denn nicht? Was? Ich bin doch eben gestorben, man! Scheiß, PewDiePie hat mich gekillt! Ich spiel' grad mit dem echten PewDiePie! Kein Scherz! Der ne Mutterspiel auch mit dem echten PewDiePie! Ja, ist echt so! Wir kennen das einfach! Da, 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 da! Jetzt neigt der mich wieder aus 50 Meter Entfernung! Pass auf! 50 Meter Entfernung? Ernsthaft? Komm also, Bro! Ich find dir echt diese Anschaffung hier hat sich gelohnt, ne? Ja, ja! Auf jeden Fall! Ich hab mein Geld noch nie besser investiert! Ich hab mein Geld noch nie besser investiert! Ja, ja! Ich gestern an deine Mutter investiert, das war echt krass! Kein Scherz, Junge! Du provozierst das! Nein, leider! Ich provoziere nix, ey! Ja! Wirf mit deinem C4 noch weiter, komm! Ey, da gibt's kein C4! Wirf mit deinem Counter-Strike! Ja! Ich komm' später wieder! Zähler! Zähler! André de Kock, Held, grüß dich willkommen! Hallo, André de Kock! Hallo! Heißt nicht de Kock? Also, de Kock! Ne, de Kock! Weißt du, als Schade ist er dich killed, Rosa! Was? Ja, warst du das? Oder warst du der Bot? Ich weiß es nicht! Ja, das war... Das war Pascal! Ey, du Ficker! Dann gehst du rein! 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 Ah, Alex! Du Pfeife! André de Kock! André de Kock! Und dann gehst du rein! Das ist gar nicht. Das ist ja mal ... Dann gehst du in die Kock! Dennis, warum bist du nicht so scheiße? Du bist schlechter als Rosa! Ich weiß es nicht! Dennis, du kannst nichts! Absteralter, du hast 10 Kills! Dennis, du kannst nichts! Das zweite, dritte Spiel ist schon nice! Die hatten ja übelst krass in der Erdkug ist übelst schlimm, Alter! Oooooooh! Fuck! Scheiß PewDiePie, ey! Ja, da kann ich mir zustimmen. Ja, ist klar. Ja, toll! Oho, Dennis killt den Bot. Oho, good job. Willst du einen? Daniel! Oho, der Jump! Der Jump! Oh mein Gott. Aber Rosa, warum musst du mich so mobben? Bester Mann, bin ich! Ach, Kalle! Ich hab den Bot gekillt! Oh, wow! Wieso ist das so schlecht? Pascal wreckt wieder. Ich hab zu viel Schokolade, weil der ganze scheiß Rachen stinkt. Ich hab zu viel Schokolade, weil der ganze scheiß Rachen stinkt. Wieso mach ich das so fertig, wenn du was isst? Gestern so, Alter, die Pizza mir geht so schlecht, ey. Weißt du, wie riesig das scheiß Ding war? Ja, und jetzt? That's what she said! Was? Restore. Was? Restore. Ends is not. Mach jetzt kein Quatsch. Nein! Alter, weißt du, ständig kommen hier kleine Kinder rein. Wie im Puff, Alter, oder bei Chris? Ich hab dir doch schon einen Tipp geschickt. Links, rechts. Fuck, Alter. Die ganzen Homos. Ich hab zwei Leute. Der Dennis hat wieder seine Tore. Ey, das hab ich nicht. War einer machen. Der Dennis hat diese Tage, es liegt immer vor den Hündinnen. Ich bin die kleinen Kinder. Oh nein, die Diffusen. Es holt noch gar nicht geplantet. Ja, die Bombe. Ja, ich hab gedacht, weil die Bombe so dingstens. Ja, die liegt schon, die Diffusen, wir verlieren und so. Ja, als ob ich die Bombe liegst, ja. Das ist so ein Scheiß, das erwarte ich von euch. Also, ich werde jetzt noch schnell zweiter Platz, ne? Oh, ich hab zwei Killergranate. Eine von Rose, eine von mir. Hm, 100 Punkte? Schaff ich die noch? Kannst du es noch schaffen, dann müssen wir jetzt gut spielen. Ja. Oh. Oh. Boah, Leute. 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 Es geht mir leid, Rosa. Ich hab auch noch eine. Ich hab auch noch eine. Ja, ich hab auch noch eine gekommen. Felix, du bist einfach krasser Typ. Da sind welche drin. In Mufensis. Die kommen alle von meiner Seite. Enddingslamm. Gut. Alter. Alter! Du, das wird saftig gesteilt. Achso, du, das braucht... Ja, sorry, die hat mich wieder abgeflossen. Ja, ich hätt ihn... gleich... ja. Ich konnte den 35 wenigstens... Nein! Ich hab dir noch extra was gezogen, Pascal. Ach, Pascal. Das war doch nur der. Jetzt dürfen wir keine Wunde mehr verlieren. Mann, Pascal. Ich muss jetzt... ich muss jetzt noch... Acht Punkte muss ich noch machen. Ja, toll. Dann hättest du ihn jetzt killen müssen. Dann hätten wir noch ein paar mehr rumgehabt. Ja. Tut mir leid. Weiß nicht, was da war. Mann, Parsi. Parsi. Boah. Parsi, Alter. Parsi. Was geht denn da schief, Parsi? Parsi, bester Mann. Da drin ist jemand. Nein. Nein! Nein! Oha, von zwei Seiten. Ist doch scheiße. Felix. Ja? Scheiße. Das gibt's. Erwin mal. Felix. Ne, so ne Runde wie vorhin hau ich nicht mehr auf Cage. So ne hau ich den mal hin, Alter. Alter. Warum kommt er von rechts? Hauptsache, der Bot gönnt sich ne Negev, Alter. Also, ich bin schon mal dritter Platz, ne? So, Entscheidungsrunde. Dennis, ich sag's dir zum letzten Mal. Oh, Dennis hat Rosa überholt. Oh, wir haben gleich viele Punkte. Nein. Ha! Ja, wo sind deine MVP's, Felix? Wo sind deine MVP's? Du mögst du? Go, go, go. Dafür hab ich... Fünf Punkte mehr! Tschüss. Wow, Leute. Warte auf. Bitte, das ist... Das ist total, was ihr da raushaut. Oh! Oh! Der richtige Schlaf wieder manchmal. Du Cock. Du Cock, bitte. Ha! Gott. Da steht jemand. Felix macht des öfteren Weine Weine. Fick dich. Du Cock. Nice, wer auch immer das war. Rossa. Rossa! 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 In Assassin's Creed. Also, die eine. Rossa! Rosa! Alter! Was ist das jetzt? Och, Pascal. Oh, mein Gott. Scheiße. Oh, wieder ne Kiste, Alter. Ich hab ne Kiste gekriegt, obwohl ich gut war. Du und jemals gut gewesen? Hahaha. Ja, ich bin besser als Rosa. Ach, Leute. Wow, wow. Dennis, bitte. Nicht zu hart. Ne, ich hatte mehr Kills und mehr LVPs und weniger Debs. Auf Wiedersehen. Ja, das ist aber...